Jetzt komm endlich, du lahme Ente! Niemand darf wissen, dass es in diesem Tal Drachen gibt. Jungen, mach mir keine Probleme. Was ist das? Menschen! Ich hab's immer schon gesagt, sie sind das Schlimmste. Was machen die dann mit uns? Der Saum des Himmels. Das Paradies für Drachen. Da finden die uns nie. Und wir bringen alle in Sicherheit. Toll, und wie kommen wir da hin? Wozu hab ich denn zwei Flügel? Inspiriert von Cornelia Funkes Weltbestseller. Na gut, du Genie. Wo fangen wir an? Hallo? Der da sieht aus wie du. Ja. Komm an Bord, Drachenreiter. Nein! Menschen sind Lügner und Betrüger. Du bist ein Schwindler. Du bist gar kein Drachenreiter. War das... Meine Hose. Ja. Wir müssen nur ein Profil für euch anlegen. Vorlieben, Golf und Drachen fressen. Ah! Liss im Rand! Ich hab da was gesehen. Einen saftigen Silberdrachen. Das wird ein Festschmaß. Dann lasst uns hier verschwinden. Das ist lustig. Wir brüllen beide. Viele waren auf der Suche, aber keine hat den Saum des Himmels gefunden. Wer hat Hunger? Ich störe uns jetzt nicht mit Häppchen. Wenn ich versuche, mystisch zu sein... Hör, Schwinde! Es war ein arrangierter Ehr. Du willst mehr, als du dir zutraust. Folge deinem Herzen und du machst alles richtig. Bereit? Bereit. Erlebe drei außergewöhnliche Folgen. Auf der magischen Reise. Kleine Kostprobe, gefällig! Du warst ein Tiger! Du warst ein Tiger! Hab dich! Die Endnacht, Gotti. Ja. Drachenreiter mit den Stimmen von Julian Band, Mike Singer, Dougie B, Rick Havanian, Axel Stein und Kaya Janau. Und wem klopfen wir als nächstes auf die Birne? Schon ne Idee, Papa? Ah, im Kino. onos inflation, Ở kaputt? Wir müssen loslassen. Die Endnacht, kommen wir uns runter an. Wir müssen nur rausgehen, Lars Board, nachdem du Weimar finally australжierst. Wir müssen triumph einmal in These hotinders gehen! Wir müssen, nachdem Be Bass zu Beắn, criteriv! T everlasting und können Sie selbst erstellen? Immer lleiniere sich eine ne gaan bred. Wir müssen uns in Parkland, Angeles in die Oberland. Wir müssen unsereraisep Maximum'n aus!